Du Kevin, weißt du, wie ich die Folge jetzt benennen werde? Nein. Doch nicht tot, weil wegen keinem Videos gemacht, eine Woche lang und so, ne? Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Build mit dem Kevin. Hallo! So, nach einer langen Zeit sind wir wieder on stage, hier wieder live auf YouTube. Naja, auch nicht so ganz live, aber auch. Gut, ja, warum nicht so viele Videos kommen, das liegt daran, dass wir jetzt unser Abitur langsam schreiben und deswegen nicht so viel Zeit haben. Den Sound könnt ihr mir kurz angucken und den Sound, ja, passt so. Ja, sehr viel zu tun und ja, das war eine Schnellklärung. Ja, wir geben uns trotzdem Mühe. Ja, zumindest behind YouTube machen wir eigentlich auch allnächst. Ich arbeite jetzt zum Beispiel bei Heacraft HD, weil ihr den kennt. YouTube, keine Ahnung, steht unten in der Videobeschreibung. Oder ihr klickt jetzt oben rechts auf dieses kleine Teil, das jetzt oben erscheint. Und erscheint das? Ja, das erscheint dann oben rechts. Was erscheint denn da? Also eine Infokarte, die Funktion kennen die wenigstens YouTuber. Und dann ticken die da drauf und dann kommen die auf den Kanal von ihm? Ja, genau. Achso, gut, dann machen wir noch Werbung für ihn. Gut, ähm, ja, der macht eine Mod und ich bin da der Designer. Da könnt ihr, jetzt habt ihr nochmal so ein Bild von Kühen, die ich gemacht habe. Äh, das sind so mutierte Kühe. Mu. Mh, sehr mutiert. Die sind sogar grün. Etwas grün, ja. So, äh, der Garten... Wie weit willst du das denn bauen hier? Äh, der Garten, der führt jetzt hier so lang. Hier so. Also hier. Ja, ich meine, wie weit willst du das hier rausziehen? Nur bis hier. Okay, gut, danke. Ja, bitte. So. Ähm, ja, das wird, äh, die sind sogar richtig gut importen, das hätte ich nicht gedacht. Die können so einiges und die hauen da eine Sache nach dem anderen aus. Die machen in so ein paar Tagen oder ein paar Stunden, hauen die da Sachen raus, das glaubst du gar nicht. Mhm. Ähm, die haben da ein Energiesystem und Pflanzen und Bäume und ein Biom mit Sachen, die generiert werden. Äh, und zwar, also ich könnte das nicht. Ja, du mit deinen begrenzten Java-Kenntnissen, ne? Ja. Ja. Ja, aber, ja, aber. Ähm. Ja, aber ist auch nur ein Insel-Balloons. Ein Insider. Mhm. Gut. Okay, den hat keiner verstanden. Ich überlege gerade, was ich jetzt hier für eine Mauer benutze. Was für eine Mauer benutze ich? Also oben ist klar, da kommen die, ähm, Iron Bars raus, äh, rauf. Aber die Frage ist, wie sich alle stellen, welche Mauer, Kevin? Wo? Hier? Hier. Nein, hier. 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 Also quasi hier, das kommt so dann, noch so, und dann kommt da oben nochmal Iron Fences rauf. Äh, etwas grobes, und zwar irgendwas, warte mal. Ja, ich warte. Äh. Äh, warte mal. Ne, das hier vielleicht? Warte mal, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Hm, ne, das passt nicht, weil das Haus selber ist ja nicht so begrünt. Äh, ja, ich merke schon, warte, warte, warte mal, irgendwas grobes, äh, ja. Ja, oh Gott, warum ist meine GUI so klein? Ja, ja, können wir, können wir nehmen, den, ja, irgendwas grobes halt. Ja, können wir nehmen, können wir nehmen. Ist, ist, kann man machen. Boah, warte mal, ich muss das jetzt erstmal größer stellen, ich will, da brauche ich ja ne Lupe. Wie bei deinem B****. Ähm. Das war jetzt auch lustig, Simon, ich hab so gelacht. Ähm. Gut, dann können wir hier nochmal das machen, das ist, äh, immer gut, die sekunden Steine, das sind, äh, Chilled Stonebricks, oben packen wir nochmal ein Neverbrick drauf, so, passt. Warte mal, wir könnten, machen wir noch einen höher, dann haben wir oben nochmal ein Neverbrick drauf, und dann, ja, sieht das so aus. Keine Ahnung. Ähm, ich frag mich gerade, äh, soll das Haus jetzt hier enden quasi, und dann geht's nur in die Richtung weiter? Ja, ja, genau. Dann wär's ja schon trotzdem ganz schön, äh, ich weiß nicht, länglich. Okay, es muss ja nicht unbedingt quadratisch sein, wir können ja auf der anderen Seite ein bisschen weiter hier lang gehen. Weil wir können ja das ja auch so dreiecksmäßig machen, wir können das ja auch hier rausführen. Boah, Kevin, du hast voll Ideen, meine Güte. Ja, so wie letztes Mal, weißt du, wann war das eigentlich? Vor zwei Wochen. Ja. Gut. So. Gut, Gott, 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 Gott. Ja. Ähm, was hast du noch was zu erzählen, Kevin? Ich weiß nicht, ob ich was zu erzählen habe. Deine Meinung zu Paris zum Beispiel? Ja, es ist schon, ich weiß nicht, es ist schon heftig, aber man darf halt nicht vergessen, dass auf der, also überall woanders auf dieser Welt ebenfalls Krieg ist. Also das, das sollte man nicht vergessen. Ich meine, natürlich ist es halt viel näher, also die ganze Geschichte hier, vor allem, weil wir uns ja auch mit den Parisern, das ist ja die Jugendszene dort, viel besser identifizieren können. Also wir fühlen da natürlich viel mehr mit, als jetzt zum Beispiel im Krieg in, keine Ahnung, Nahost oder sonst irgendwo. Aber deswegen halt so extremst halt ein, weiß nicht, so ein Terrain drumherum zu machen, ich weiß auch nicht. Also man muss halt jetzt vernünftige Entscheidungen treffen, vor allem, was ja, diese Intervention. Was war ja schon jetzt schon ein großer Eingriff? Sowas hat es ja bisher nicht so gegeben, so in Europa. Ja, natürlich hat es das nicht gegeben, aber ich meine, so eine unvorsichtige und unvernünftige Kutschlos-Reaktion, wie damals beim 11. September Amerika gemacht hat, das dürfen wir nicht nochmal machen lassen. Ich sehe das schon im Fernsehen jetzt jeden Tag, dieser Präsident, dieser französische Präsident da, der macht da jetzt hier Druck und sagt, ja, wir müssen da jetzt noch mehr Leute da nach Syrien reinschicken. Das war damals in Amerika genauso. Da waren die da nach dem 11. September so, ja, die Leute da in Irak, das sind alles Terroristen, wir müssen da noch mehr Leute reinschicken. Kevin, Kevin, kurz, hier ist es jetzt asymmetrisch, weil ich meine Sache hier hinbauen will. Weil hier ist ein zweischeiniges Einstein. Und das macht nichts. Löst es irgendwie. Löst es irgendwie, danke. Ja, okay, jetzt kannst du weiter deinen Shitstorm auslassen. Shitstorm. Ich bin nur dafür, dass man halt etwas Vernünftiges halt macht, weil ich, glaube kaum, ich meine, mit den Leuten dort von dem IS, mit denen kannst du ja nicht reden. Also das sind ja einfach nur, mit denen kannst du nicht reden. Also natürlich musst du da irgendwie militärisch da eingreifen. Aber dann direkt so in den Krieg so zu ziehen, wie damals beim 11. September, die Amerikaner auch. Ich sag, das endet nicht gut. Weil aus diesem Krieg, aus dem 11. September, aus dem Irak-Krieg ist ja dieser IS erst entstanden. Al-Qaida. Ja, im Endeffekt, ja, wenn man das so nimmt. Ja. Und wir wollen nicht wissen, wie das dann wäre, wenn jetzt die Franzosen da einmarschieren und dann nach ein paar Jahren, Jahrzehnten, dann haben wir noch irgendeine größere Terrororganisation und dann sieht hier Europa genauso aus wie in der Ost. Ja. Im Endeffekt liegt es ja immer am Glauben. Ja. Doch schon, weil ich meine, der Krieg konzentriert sich schon in den Ländern, wo der Glauben sehr stark ist. Ja, also man tut halt hier ein bisschen unrational, denke ich mal, handeln. Und man sagt, wenn es eine Schuld gibt, dann wälzt man die auf irgendwas anderes ab. Und das ist halt eben dann meistens die Religion. Die Religion ist schuld. Ja. In so vernünftigen Ländern würde man einfach sagen, ja, okay, wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Und so ist es halt nicht. Warte mal, so. Ja, es ist auf jeden Fall ein hitziges Thema und das wird uns bestimmt eine ganze Weile beschäftigen. Aber also nochmal, also ob wir es, wie wir es finden. Also ganz schlimm finde ich ja eigentlich die Sachen auf Facebook und YouTube, also vor allem Facebook, dass man, dass Facebook vorschlägt, sein Profilbild in den Farben der französischen Nationalflagge zu färben. Genau. Das finde ich irgendwie unnötig. Genau das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass jetzt alle Leute da jetzt, oh, die Paris, blablabla. Aber ich meine, es passiert auf der ganzen Welt jeden Tag irgendwie ein Terroranschlag. Und das interessiert hier keinen. Und ich meine, klar muss man Solidarität mit unseren Nachbarn zeigen. Aber das ist halt, muss jetzt nicht so weit gehen, dass man das dann halt aufs Übelste halt hinaustreibt, vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass Facebook dann bei Terroranschlägen zum Beispiel in Syrien solche Funktionen nicht freischaltet, dass jeder sich dann ein syrisches über sein Profilbild legt. Ja, ganz ehrlich, ist doch so. Ja. Ja. Es ist schwierig natürlich. Ich meine, am besten man lässt es lieber ganz bleiben und man geht lieber auf so eine Friedensdemonstration und macht das nicht im Netz, weil im Netz kannst du eigentlich nur solche Sachen, kannst du nur falsch machen, weil diese Sachen haben wir nicht zu suchen eigentlich im Netz. Also, das wird eh nur un-, wie heißt es, ich weiß nicht, so total chaotisch diskutiert, wenn es überhaupt diskutiert wird. Boah. Okay. Wird eh nur gehetzt. Ja, okay, ähm, Garten ist fast fertig, so gut wie. Ja, sieht ganz gut aus. So, ich glaube unsere, äh, Debatte über Frankreich ist jetzt fast beendet, so gut wie. Egal. Wir könnten, ich glaube, wir könnten das hier auf die Seite auch so rausstehen machen. Dann ist es halt hier nicht so flach. Und dann wäre es nicht so asymmetrisch. Wie jetzt? Die, die Treppen unten so? Ja, halt so raus, weißt du? Aber dann, nee, das macht das Ding hier kaputt. Dann ist das hier alles zu. Äh, wieso denn? Wie weit geht denn das dann raus? Eins, zwei, drei. Boah, ja, okay, noch zwei Blöcke wird es rausgehen. Nee, das wird doch genau auf, aufgehen. Dann sind wir doch genau hier. Zein Blöcke? Drei. Drei. Ja, aber ich schaue. Die Wand hier. Das da. Ja. Ist das da. Ah, ja. Das hier ist dann das hier. Und dann noch eins und dann, das sind sogar noch weniger im Prinzip. Ja, okay, kann man machen. Weil dann hätten wir dann nicht dieses plötzliche Abschneiden. Gut, dann machen wir das. Äh, machen wir hier den Gang hier weiter. Ja, das haben wir sowieso nicht im Video gebaut, deswegen kann man es abreißen. Äh, das heißt, wir machen jetzt, äh, hier ein Block hin und da auch und da auch. Verkomplikated jetzt hier. Ähm. So, ne? Oder? Was? Wie, wo? Hä? Bau doch von oben nach unten und dann kannst du, siehst du es dann. Nee, von oben nach unten geht gar nicht. Ja, nee. Übrigens, äh, das war hier gar nicht, haben wir noch nicht gezeigt. Äh, das war ja alles offscreen hier. Das war ja, äh, onscreen. Dann haben wir daneben einfach mal die Bibliothek nochmal weitergezogen. Hier ist nochmal so ein Tisch, den hatten wir ja schon. Und die, diese Teil der Bibliothek ist so ein bisschen, naja, äh, verlaborintet. Ja. Hier ist noch so eine Craftntable mit so einem Poppy, mit so einer Rose drauf. Dann kann man hier runterspringen. Ähm, nee, kann man langlaufen. Dann haben wir hier nochmal so nochmal so ein Craftntable mit so einer Poppy, so einer Rose. Dann kann man hier rundschalten springen. Nee, kann man nicht. Gut, hier theoretisch, aber das machen wir zu. Hier ist nochmal so ein Enchantmentable. Und, äh, das Dach vielleicht nochmal, hat lang gedauert. Dieses System rauszubekommen, das war schon, äh, auch kompliziert. Ja, meine Meisterleistung war das. Ja. Also, ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Es ist auch nicht. Ich hab leider nicht auf die Uhr geguckt. Warte mal, es ist jetzt genau 21.41 Uhr. Ich denke, wir haben jetzt, äh, diese Debatte geführt zum Beispiel. Das hat ja auch schon ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, Kevin, was machst du da? Ich versuche das jetzt dazu weiter zu bringen. Und zweitens, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch noch gern in den Kommentaren debattieren. Ich, ich glaube, ihr als unsere Zuschauer seid da relativ gewissenhaft, was ihr so im Internet schreibt. Auch wenn man natürlich theoretisch anonym hier bleibt, aber trotzdem keine Shitstorm jetzt unten in die Kommentare schreiben. Ja, bitte nicht. Das, das, das wird sofort alles entfernt, wenn ihr da einen extremen Krawall da unten macht. Also, konntest, äh, normal diskutieren können. Aber, ja. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.